RANDEM SHIT! Ich bin's, der Jürgen. Sieht man, dass ich gesoffen hab gestern. Geht's, oder? Das sieht man oft an den Augen, aber ich trink als viel Schnaps zwischerein, dann geht's wieder. TNT-Comedy! ARD Text im Auftrag von Funk Mo Bing. Sehen Sie hier jetzt? Heulen Sie jetzt etwa? Was? Machen Sie einen auf Shelly. Mein ist sehr heilsam. Sie heulen mit Sicherheit gleich los. Ich heul nicht. Mobbing. 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 Schwieriges Thema. Englisches Wort im deutschen Gesetzbuch. Der nicht heult. Das ist jetzt halt schwierig zum Nachweisen. Vielleicht hat er was ihm auf. Es ist generell ein Problem von Mobbing. Unsubstanziert. Es ist nur durch Artikel 1 und 3 vom Grundgesetz her abgedeckt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber das ist halt wieder Hörensagen. Ähm, das ist... Mein Studium ist länger her. Ich weiß den Fachbegriff einfach nicht mehr. Es ist eine schwammige Sache. Das ist Schorle. Das ist nicht Wein, nicht Wasser. Das ist schwierig. Da hilft nur, selber durchgreifen. Und das gucken wir uns jetzt an. Wie denn nicht das regelt. Jetzt muss ich meine Familie anrufen und dir sagen, dass wir nicht zum Strand können. Sie sind gefeuert. Jetzt sieht man schon, wie ihm langsam die Hutschen erplatzt. Blutdruck hoch, 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 höher. Und jetzt. Jetzt hat er ihn am Schlawittchen. Mit dem Feuerlöscher voll ins Gesicht gespritzt. Das schneidest du aber nicht blöd dann rum, weil ich jetzt gesagt habe, ins Gesicht gespritzt. Gerhard, ich kenn dich, du kleiner Schmutzfing. Es ist allerdings nur mit heiser Luft gegen verbale Nadelstiche. Also die Verhältnismäßigkeit. Es ist wie wenn ich einen Schnaps gegen den Kater trinke. So ist das in etwa. Apropos. Cheers. Pflänzle, gell. Du und ich im Pflanzenrecht, wir kommen groß raus. Gisela, du kleine Drecksau. Du hast aber auch schon mal grünere Blätter gehabt, Madame. Das ist schön. Habe ich dich vernachlässigt. Du kleines Drecksstück. Du Werkel. Wenn hier nachher die Schluss ist, dann geließe ich dich aber ordentlich. Ein kleiner Vorgeschmack vom Herrn Schätzle. Oder willst du auch vom... Du bist so wilde Drecksaukel, komm, du kriegst hier was. Du kriegst was Gutes vom Jürgen. Direkt vom Jürgen, direkt ins Töntchen. Gell, das gefällt dir. Das geht runter wie Öl, gell. Es ist schon ein gutes Gefühl, wenn man merkt, dass man jemandem geholfen hat. Und wegen dem bin ich Anwalt bei TNT Comedy. Und guck mir... Entschuldigung. Schneid's raus, gell, geh hart. So Detours an. Immer, ähm... Zu der Uhrzeit, wo es läuft, auf TNT Comedy. Im Pay-TV, da wo auch die ganz anderen schönen Centers sind, die ich auch gern anguck. I'm牛, gl at. In Ohno. au. dement Empire. Ich hvad die zehn Jahre lang. Ich bin allein ein Buch. Ich liebe...